So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade meine Combo gewechselt, bin in eine neue Lobby und warum ist die so voll? Das finde ich jetzt nicht lustig. Ich meine, ihr müsst rausgehen, die anderen sollen mir nachjoinen. Sonst kriege ich kaum eine volle Lobby und jetzt? Lustig, ey. Was soll das denn? Ich will Mapmaker, Alex und Redlight in mein Lobby. Nicht ihr. So. Jedenfalls fahre ich jetzt wieder mit Wario, dem Jetbike, den Mila Slicks und dem Goldkleider. Es ist auch schon mal wieder ein bisschen her, bis ich Wario gefahren bin. Und die Fettfackel soll ja auch mal wieder eine Chance kriegen. Wow. Und ich sehe jetzt erst, dass wir die Crackblätter fahren. Ja, geil. Ja, ist okay. Ich fahre jetzt nicht mehr meinen Miner, also es muss jetzt mal ein bisschen besser laufen. Ja, seht mal, ich bin schon wieder Vierter, also. So. Yay. Ich kann es leiden. Wahrscheinlich wäre das erstmal wieder mein Vierfallsverstand. Scheiße. Und wenn ich jetzt mal irgendwie versuche, meine... Wow. Wow. Oh, okay. Meine 300 wieder zu bekommen. Nee, ja, eben mehr oder weniger... ...verklempernd hab, weil ich ja unbedingt mal gemeint hab, ja, hier, testen wir mal den Mi aus. Aber ich glaube, das werde ich nur so schnell nicht wieder machen. Ja, Blupper. Ist okay. Du kommst echt an einer Superstelle. Könnte ich jetzt mal bitte den Ersten da kriegen? Den David. Ich bin der Erste. Oh mein Gott. Irgendwie schreibt mir wieder jemand in Sky. Was auch sonst. Wo kommt der denn schon wieder, ja? Ja, und ich krieg ein bisschen zu schaffen. Und ja. Natürlich. Natürlich. So, Bowser, gib mir den Schatten. Danke. Zweiter. Und der David ist wieder einfach vorne. Und der... ...David mal ganz englisch aussprechen möchte. Okay, da hatte ich grad Angst, dass der Rote für mich ist. Ja, er ist auch für mich. Selbstverständlich. Aber gut, ich meine, mit dem Zweiten kann ich auch schon leben, ne? Kann ich auch schon mit leben. So, letzte Runde. Jetzt noch irgendwie das bisschen hier überstehen. Und ich bin dann... Oh, oh. Auch schon vollkommen damit zufrieden, wenn ich einen Zweiten mit nach Hause komme. Und ich bin dann mit nach Hause fahre. Und ich bin dann mit nach Hause fahre. Und ich bin dann mit nach Hause fahre. Ich wollte grad sagen, wenn du jetzt die Bananen nimmst, ne? Okay. Yay! Zweiter Platz, schon läuft es. Geht doch. Und Mapmaker hat grad sein Mii modifiziert. Ist das dein Ernst? Ja, guck mal. Punktgenau 7300. Geht's auch. So, jetzt hoffe ich mal, dass ein paar lieben und dass die anderen jetzt nachjoinen können. Das wäre echt cool. So, mal gucken. Hm? Okay. RL Blank hat es geschafft. Könnte sonst noch irgendwer abhauen? Ja, Mapmaker schreibt schon grad hier Konto nicht rein. Ach man, was bleibt dir denn alle drin? Das finde ich grad nicht cool. Sonst kriegt's ständig irgendwer ein DC oder sagt sich, ach, kein Bock mehr oder was weiß ich. Also bitte. Zumindest hat es jetzt schon mal RL Blank geschafft. Ja, Mapmaker sagt auch grad, sollen wir irgendwer ein DC kriegen? Das ist aber auch echt so. Das passiert so oft und wenn man es jetzt mal braucht, dann haben wir alle keinen. Ist klar. Oh oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das war so klar. Das war so klar. Ja, natürlich. Stoppst mich so ein Yoshi. Ich mein, ich bin ja nur irgendwie zwei Gewichtsklassen oder so. Kein Problem. Sicher. Sicher. Genau. Räche mich, RL. Das gibt's doch einfach nicht. Das gibt's echt nicht. Ne, ne, ne. Der ist jetzt aber nicht für mich, der Rote. Einmal nicht. So, cool. Wir sind vierter. Das ist ja schon mal echt... Echt, äh, besser als eben. Oh 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 oh. Was fahr ich hier heute eigentlich für ne Scheiße zusammen? Ich weiß es nicht. Es wird irgendwie denk... Denkbrot schlechter. Okay. So. Räumen wir das Feld auf. Und hinten... Oh Gott! Hinten auf. Sicherlich. Ich mein, das muss ja auch kommen, ne. Ich fahr neben einem und der hat einen Stern. Bin sicher. Mäh, wie viel Pech kann man haben? Naja, zumindest sind wir jetzt schon mal wieder fünfter, dank der Abkürzung. Und nehmen die jetzt mal hier ein bisschen besser. Geht doch. Seht ihr, Leute? Ich kann's doch. Zumal Mapmaker is watching you wahrscheinlich. Und schlägt teilweise die Hände über den Kopf zusammen, nach dem Motto, was macht das Mädel da? Ich weiß schon, warum ich in keinem Clan bin. So, gerade nochmal den Hooper entfernt. So bekomm ich. Äh, Blank sei lieb zu mir. Okay. Ich bin auch lieb zu dir. Ich fress dich sogar gar nicht mit der Pflanze. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie episch ist das denn? Ja, geht doch. Okay, Mapmaker scheint jetzt drin zu sein, aber... Alex noch nicht. So, könnt ihr es mal, bitte wer... Jetzt ist Wirbelsturm da. Okay. Okay, nach und nach schaffen es alle. Aber... Ich meine jetzt wirklich, sonst liefen ständig... Ups, Entschuldigung, gegen mein Mikro gekommen. Sonst lief ständig irgendwer. Und jetzt? Jetzt denken sie sich auch nicht so... Oh ne, ne, das ist so schön hier. Okay. Jetzt hat es zumindest auch Wirbelsturm geschafft. RL-Blank ist auch drin. Jetzt müssen nur noch zwei gehen und dann ist auch Mapmaker und Alex da. Leute, bitte. Habt ein DC. Geht zum Essen. Was weiß ich. Geht einfach. Ich will die anderen hier drin haben. Oh, oh. Oh, oh. Okay, cool. Wie auch immer, ich das überstanden habe, ich weiß es nicht. So, Joel. Wir machen Abgang. Und dann könntest du gleich auch noch liefen, das wäre auch cool. So, dann fangen wir die Runde hier jetzt mal ganz schnell zu Ende. Beziehungsweise nicht nur das Runde, ja, das Runde, sondern auch das Rennen. Habt ihr den grünen Klusseln? Erstmal fliegt er voll über mich hinweg und dann fährt er da noch... Fährt vor allem. Fliegt er gegen so ein Mast. Ja. Okay, Grüner, alles klar. Seht, Leute, wir sind schon Runde 2 und gleich liefen zwei und dann seid ihr auch eigentlich dran. Das ist so ziemlich kotzen, wenn dann... Ja, sicher! Sicher! Ja, natürlich! Und der ist... Nee, ich wollte kurz sagen, der ist... Für mich ist es nicht... Ich kriege das Kotzen hier! Okay, wir sind schon mal wieder zweiter. Wie gesagt, das ist so scheiße, dass ausgerechnet jetzt so eine volle Lobby ist, ne? Das ist der für mich. Nee. Auch noch nicht. Okay. Aber dafür habe ich jetzt eben kein Item mitbekommen. Ist der jetzt für mich? Ja. Muss die irgendwann mal so kommen. Ja, sicher, wir willst du haben! Oh nein! Jetzt bin ich Zehnter. Ich bin... Nee, noch nicht Letzter, aber... Ich war fucking Erster. Un-fucking-Fast-Bomb! So bitte jetzt, ja. Ja! Natürlich! Natürlich! Was war das denn? Ey, ne! Das gibt es einfach nicht. Das gibt es nicht. Okay, könnt ihr jetzt bitte weggehen? Ja, das gibt es nicht. Jetzt geht's einfach. Vielleicht sollte ich mal wieder die Lobby wechseln, dass da irgendwie... Ja, wo nicht so viele sind, aber das weiß ich ja nicht vorher, ob denn da wenige sind. Das ist doch zum Kotzen! Jetzt lasst Alex und Mapmaker da rein! Ja, genau deswegen will ich eigentlich in der Aufnahme, wenn welche drin sind, nicht wechseln. Weil das mit meinem Mi, das ging eben echt nicht mehr. Okay, Hauptsache ich schreibe denen hier erstmal alle und versemmel da durch den Staat. Jetzt aber mal ernsthaft, wo sind die ganzen WCs? Das ist... Ähm, ja, mit der Banane kann man mal machen. Kann man mal machen, das schafft auch nicht jeder. So, wer möchte jetzt... Okay, ich wollte jetzt nicht mehr... Äh, ne, da sei schon. Wir bist du am Wegtröten. Deswegen hatte ich jetzt extra noch gewartet. Ich meine, wir haben zwar eigentlich offiziell den Klappstuhl ausgegraben, aber... Ne. Das musste jetzt doch nicht sein. So, Morten, lass dich fressen. Da wird dich auch. Da hab ich keine Gnade. Und der Rote wahrscheinlich auch nicht. Oh, ne. Okay. Cool. Wow. Seht mal, was ich da habe. Und der andere hat drei Bananen. Ähm. Ich streife ihn trotzdem mal. Okay, cool. Jetzt machen wir das mal an den ersten. Ich glaub, das dürfte eigentlich nicht geben. Naja, es ist RL Blank. Hallo. Wie hast du meine zwei Roten überlebt? Ja. Okay. Was hättest du dir gedacht, ne? Okay. Eine Banane. Damit kann ich jetzt nicht wirklich arbeiten. Oder? Nein, natürlich. Nein, weil ich gegen das Schild schmeiße. Ach, ist das bekloppt. Ist das bekloppt. Okay. So. Ich hätte vielleicht mal nach den Items warten sollen. Ich bin echt blöd. RL Blank, ne? Lass uns tauschen. Das ist ein super tolles Angebot. Lass uns tauschen. Das ist der zweite. Der ist viel, viel besser als der erste. Glaub mir. Du hast nur noch nicht die Vorzüge davon erkannt. So. Noch abkürzen. Und? Und uns? Ne. Schau dir. So, Leute. Und jetzt meinetwegen kann die Hälfte von euch ein DC haben. Kann zum, wie gesagt, kann zum Essen gehen. Kann ins Kino gehen. Was weiß ich. Aber geht einfach. Komm schon. Na. 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 Ja. Samzweil. Ja. Da ist Mapmaker. Oh mein Gott. OMG. So hat es Alex geschafft. Alex hat es noch nicht geschafft. Ich muss mal gucken. Ich hab's jetzt zeitlich gerade gar nicht mehr im Blick. Okay. Noch ein Rennen. Und dann. Nein. Oh. 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 Oh du... Das hat er hier nicht gesehen. Warte, soll ich... Ich weiß nicht... Oh du Scheiße, ist das dein Herz! Ach geil! Oh mein Gott. Okay, komm ins Bild Mapmaker. Ja du... Okay, da habe ich gerade mal den Wirbelsturm weggeschnipert. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, was für eine Kombi... Da ist er ja schon! Hashtag Katan, Karst! Oh, Mapmaker ist so geil! Okay. Das ist so geil! Jetzt lass dich bitte mal vor meinem Bumerang getreffen. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, was du eben gemeint hast. Was zum Teufel fuß mit meiner Bombe fuß! Ach nein! Ja! Ihr seid alle so geil! Das habe ich letztens schon zu... Zu Rewi habe ich das gesagt. Und zwar... Jetzt weiß ich das schon wieder. Und zwar... hatte ich hin und her überlegt, ob ich mir eine... Wii U kaufen soll oder nicht. Und letzten Endes... Wie gesagt, hatte mich Mario Kart dazu bewogen zu sagen, ja... Ja! Ich kaufe mir eine! Und... Wie gesagt, dann bin ich dann an dem einen Tag in... Zu Expert gegangen, habe mir die... Wii U unter den Arm geklemmt und bin damit zur Kasse gestiefelt. Brauchte dann auch erst mal einen halben Tag, um mir das Internet hier anzurichten. Aber gut. Äh, nee. Aber wie gesagt, was ich damit sagen will, ist... Wenn ich an dem einen Tag mich nicht dazu entschieden hätte, die Wii U zu kaufen, dann... würde ich euch alle gar nicht kennen und könnte gar nicht mit euch fahren. Und... Ja. Dabei habe ich jetzt so viele von euch kennengelernt. Ja, natürlich. Ist doch gut für mich. Und das ist, äh... Was zum Teufel? Weil... Das ist echt, äh... Unglaublich. Bin ich nicht, wie gesagt, der Gegen entschieden hätte. Aber habe ich ja nicht. Ich habe mir die Wii U gekauft und, äh... Ja. Das ist... Ja, natürlich. Und das ist, ähm... Echt gut, dass ich das gemacht habe. Also, ich bereue es keineswegs. Ihr seid echt alle supercool. Es steckt Katankaus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Okay, dann mache ich hier auch Schluss für die Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, eure Katan. Und dann... Alright.